So, jetzt gehen wir weiter. Mal gucken. Ach, wir sollen mit Isen-Bard nochmal beratschlagen jetzt, nachdem wir mit den Flüchtlingen gesprochen haben. Und? Haben deine Nachforschungen etwas ergeben? Wahrscheinlich nicht, ne? Verstehe. Glaubst du, Ungus hat recht mit seiner Theorie? Ob die Leute einfach nur woanders ihr Glück versuchen? Aber dann hätten sie sich doch bestimmt von irgend... von jemandem hier verabschiedet. Nein, so kann es nicht sein. Wenn die Flüchtlinge wirklich nur ihren Göttern trauen, dann sollten wir uns vielleicht an die Priester wenden. Ich werde mir etwas zurechtlegen, also lass dich demnächst wieder hier blicken. Um mit den Priestern zu sprechen, solltest du dich nach... zum St. Adama-Landama-Kirche begeben. Sie liegt gleich westlich dieses Camps. Und wenn du sowieso dort vorbeischaust, kannst du auch gleich einen der Leichname mitnehmen. Mich hat nämlich die Nachricht erreicht, dass das erste Grab ausgehoben worden ist. Der Friedhofswart Marques wird dir sagen können, wo genau du den Leichnam hinbringen sollst. Okay, Friedenswart Marques. Ah, der ist ganz da oben. Alles klar. Gut, dann laufen wir mal ein Stückchen, ne? Lauf ich jetzt richtig? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Äh, nee, nicht nach Hulda. Nicht nach Hulda. Da will ich jetzt wirklich nicht hin. Ich will hier hoch. Ach, das ist ja recht klein hier. Das ist ja süß. Ich habe gedacht, das wäre jetzt eine ewige Reise. Ach, guck mal, die brauchen wir auch noch. Das machen wir natürlich. Okay. Das ist ja auch immer ein bisschen Erfahrungspunkte, glaube ich, ne? Ja, hier ist jetzt keiner mehr der Rechte. Dann sprechen wir mal mit Marques. An der St. Adama-Lumbananda-Kirche. Marques? Ja, der bin ich. Isenbart schickt dich, um Nachforschungen über die verschwundenen Flüchtlinge anzustellen. Ich will helfen, wo ich kann. Doch erst müssen wir den Toten bestatten. Das gebietet uns die Pietät. Ein Grab habe ich bereits ausgehoben. Du musst nur den Hügel gleich hier links hinauflaufen. Lege den Leichnam in das Grab und fülle es dann behutsam mit Erde. Ein Gebet könnte übrigens auch nicht schaden. Wo ist der Leichnam? Was ist das schon wieder? Ach, das sind einfach Quests. Okay. Gleich links hier den Hügel rauf. Hier wahrscheinlich, ne? Leichnam bestatten. Leichnam bestattet. Marques, Bericht erstatten. Ich werde mich später von der Güte deiner Arbeit überzeugen. Allein dafür, dass du mir das Hochschleppen erspart hast, bin ich dir ja schon dankbar. Und würde mich gerne mit Informationen zu den Flüchtlingen erkenntlich zeigen. Doch ich fürchte, ich kann dir nicht viel Wissenswertes berichten. Allerdings kenne ich jemanden, der dir garantiert weiterhelfen kann. Die Priesterin Urchen ist ständig von Flüchtlingen umgeben und scheint sich blenden mit ihnen zu verstehen. Mit ihr solltest du dich einmal unterhalten. Sie hält sich für gewöhnlich in der Kirche auf. Und jetzt lass einen einfachen Totengräber hier bitte weiter sein Tagewerk verrichten. Gut. Ach, da hinten. Guck mal. Den machen wir auch noch platt. Dann haben wir es doch. Außer Reichweite. Außer Sichtfeld oder was? Den hier. Ach, dieses Scheiß. Tab-System. Echt. Ich muss mich direkt vor den Rand stellen, damit er einen Tab hat. Wo ist sie? Da. Oh, die sieht nice aus. Wie kann ich denn... Ich glaube, hier war das irgendwo, ne? Oh, so kann ich in Ego gehen. Das ist ja geil. Wie kann ich denn mein Interface ausschalten? Ich wusste es irgendwie, aber ich weiß es nicht mehr. Mal gucken, ob du mir es schneller schreibst oder ob ich es schneller... mir hier angucken kann. Das war und da. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. System. UI 1 ausblenden. Rollen nach unten. Ah, okay. Auch wenn es jetzt kurz hängt. Ich mache mal kurz einen Screenshot. Kein Frame-Verlust hier in diesem Spiel. So. Danke. War es ein bisschen zu spät. Zumindest der Chat hat es ein bisschen zu spät geschrieben, ne? Hab vielen Dank, dass du dich um die Bestattung dieser armen Seelen gekümmert hast. Richte Isenbad bitte aus, dass mein Gebet den Verstorbenen begleitet. Wie Marquez dir ganz recht erzählte, stehe ich in engem Kontakt mit den Flüchtlingen. Uns Dienern der Götter öffnet sich nämlich noch ihr Herz und berichten von ihren Sorgen. Ich hoffe übrigens, Marquez war nicht allzu grob zu dir. Seit der siebten Katastrophe ist er wie ausgewechselt. Seine Seele trägt eine tiefe Narbe und er meidet den Kontakt zu anderen. Er ist vorhin, dass ich vor einem anderen Besucher, ich glaube sein Name war Tancred, unmöglich aufgeführt. Sei vorsichtig, dass ich, sei versichert, dass ich mir den Flegel nachher erstmal zur Brust nehmen werde. Ich weiß nicht, ob es an dieser neuen Einstellung, die ich gewählt habe, liegt, dass nun mal alles über die CPU geht oder ob es an was anderem liegt. Aber mit dieser neuen Einstellung läuft das Rendering des Videos und das Streamen zum Großteil, zumindest so viel wie es sein soll, über die Grafikkarte und erst dann wird die CPU angegriffen. Das heißt, die CPU ist frei für das Spiel und frei für alle Aktionen, die natürlich im Hintergrund laufen. Und das scheint anscheinend einen riesen Unterschied zu machen. Ist cool. So. Und wieder ab zu Isenbert. Eincher Porten, ne? Ist zwar nicht ganz so weit jetzt, aber... Vielleicht liegt es aber auch am Spiel, dass bei WoW der Screenshot irgendwie anders berechnet wird oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh, wie die Sequenz. Was ist da denn los? Danke, dass du dich um den Toten gekümmert hast. Konntest du bei den Priestern irgendetwas in Erfahrung bringen, das vielleicht Licht in unsere Sache bringt? Na, sieh mal einer an. Wenn das nicht Gorbi ist... Wo ist er, der Tancred? Du bist schon aktiv in der Aufklärungsarbeit? Löblich, löblich. Na, da ist er. Cool. Erlaube mir, mich vorzustellen, wer der Isenbert. Mein Name ist Tancred und ich bin wie Gorbi mit der Aufklärung des Falles der verschwundenen Flüchtlinge beauftragt. Auch ich wurde von Ungast an die Priesterinnen verwiesen. Und das haben wir eben ja schon gehört. Und der andere war sehr unfreundlich, ne? Und ich glaube, der morische Händler hat recht. Die Priester sind die einzigen, denen die Flüchtlinge vertrauen. Wenn es also jemanden gibt, der die Flüchtlinge unbemerkt verschwinden lassen kann, dann ist es ein Mitglied der Priesterschaft. Und zum jetzigen Zeitpunkt kommt eigentlich nur diese Ur-Sen, Ur-Ken, Ur-Ken in Frage. Die ehrenwerte Priesterin? Du stellst kühne Behauptungen auf, Fremder. Ur-Ken ist die gütigste Seele, die ich kenne. Ist dem so? Die lieblichsten Rosen haben die spitzesten Dornen. Und ich rate dir tunlichst, ein wachsames Auge auf die Priesterin zu haben. Sie scheint mir höchst verdächtig. Und dieser Marquess, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, ihn irgendwo schon einmal gesehen zu haben. Doch ein Totengräber war er da ganz sicher nicht. Seltsam, wirklich seltsam. Ja, jetzt mal. Ui, Stelle 23. Kratz mir selbst. So. Die Priesterin Ur-Sen soll in die Sache verwickelt sein? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, in letzter Zeit soll sie den Flüchtlingskindern auf dem Goldbazar des Öfterens Besucher abgestattet haben. Sie wird doch wohl nicht... Wir dürfen diese Spur jedenfalls nicht ignorieren, Gorbi. Hör dich am besten einmal bei den Kindern um, die Orsen... Was Orsen mit ihnen spricht. Ja, machen wir. Wo sind die jetzt? Da oben. Ja, da müssen wir wohl wieder laufen, ne? Danke. Ah, das ist schon ein weitestes Wegchen hier hoch, ne? Ah, du bist momentan der aktivste Zuschauer. Definitiv. Ich meine, so viel habe ich ja auch noch nicht. Aber wenn man das kontinuierlich macht, werden das schon mehr. Außer man ist halt irgendein Kiddy und macht eine Scheiße. Aber wenn man sein Ding durchzieht, glaube ich, das passt schon. Die unsichtbare Stadt. Ein Fade-Bereich. Komm. Warum kann ich nicht angreifen? Ach, ich habe die falschen. Ich habe die guten. Ich kann nicht angreifen. Ach so, ich muss erst auf Anpassen klicken. Alles klar. Können wir ja mal mitmachen hier, ne? Was müssen wir eigentlich machen? Einfach von den Viechern töten hier. Ich bin sehr entspannt hier. Ich bin sehr entspannt hier. Und ein paar Messchen klingen, die helfen mir. Ist ja nett. Ich bin noch nicht ganz durch. Mal jetzt. Okay. Gibt es jetzt eigentlich irgendeine Loot-Kiste, oder? Habe ich jetzt einfach nur Chill erhalten? Naja. Wurscht. Weiter geht's. Ich werde anscheinend einfach nur Chill erhalten. So. Neue Stadt. Start. Hier. Ärmlicher Junge. Mhm. Du bist ein Abenteurer, nicht wahr? Dann musst du uns helfen. Oh, sein ist womöglich die Gefahr. Oh, der rückt aber schnell raus mit den Informationen. Nur Chill und Routine und später noch Staatsthal. Da bekommt man bei diesen Fates. Okay. Normalerweise liest sie uns hier immer Geschichten von Tal vor. Aber heute ist sie in Richtung der unsichtbaren Stadt aufgebrochen. Weil ich neulich beim Spielen draußen meinen wertvollsten Schatz verloren habe. Den möchte sie suchen gehen. Und jetzt kommt sie nicht wieder. Bitte. Du musst nach ihr sehen. Das machen wir. Und die wertvollste Stadt, haben wir ja schon gesehen, ist hier. Cool. Was ist das hier? Das ist die... Wie heißt das hier? Die unsichtbare Stadt. Und der hat doch auch was anderes erzählt. Da ist sie. Awesome. Oh, du spürst eine feindliche Präsenz. Jetzt wird's hart. Level 13. Level 13. Also. Helfen. Deswegen ist das so ein Balten. Alles klar. Vielen Dank. Das war überaus gütig von dir. Ohne deine Hilfe wäre ich vermutlich... Du bist der Abenteurer, der neulich nicht war. Welch freudige Überraschung. Keine Sorge. Ich bin nur leicht verletzt. Und kann alleine zurückkehren. Den Schatz des Jungen habe ich auch gefunden. Der Ring ist das einzige Andenken, das er noch an seine verstorbene Mutter hat. Ich muss ihn ihm zurückgeben. Okay. Eisenbad Bericht erstatten. Okay, jetzt muss ich dem wahrscheinlich sagen... Hör mal zu, Junge. Die ist ganz nett, ne? Randale-Impf. Wie geil ist das denn? Zack. Ich habe falsch gelesen. Was habe ich falsch gelesen? Ich habe falsch gelesen. Ich könnte mich auch wieder porten, ne? Das war doch da. Aber... Das ist jetzt echt nicht weit. Ja, stimmt. Ist im Nachhinein mir dann auch klar geworden. Er wollte mir sagen, dass die in Gefahr ist. Nicht, dass sie die Gefahr ist. Die brauchen wir auch noch hier. Mio-Dragus-Geist. Gibt es hier noch mehrere? Da! Ich brauche nur die Geist. Also nur die weiblichen. Das ist ja lustig. Die anderen brauche ich gar nicht. Das kann man ja immer machen. Das nehmen wir nur drei Stück töten. Wird das später noch mehr? Also muss man dann auch irgendwann mal 50 töten, um den Erfolg zu bekommen? Oder ist das immer... Äh... Achso. Hä? Achso. Ach, Eis ist... Hat eine kürzere Range. Range als Feuer. Auch lustig. Ah, okay. Isenbart. Maximal vier, aber manchmal auch zwei verschiedene. Ah, okay. Das heißt, töte vier Weibchen, drei Männchen oder zwei Vögel, zwei Katzen. Okay. Priesterin Orsen wurde von Monstern angegriffen, als sie den Andenkenring eines der armen Flüchtlingskinder suchte. Der Ärmste. Ich werde sofort ein Zimmer in der Herberge für sie mieten und nach einem Arzt rufen lassen, damit sie sich schnell von den Verletzungen erholt. Doch das Unglück hat auch sein Gutes. Jetzt wissen wir, dass die Priesterin... Oh, Zeit abgelaufen für die YouTube-Aufnahme. Jetzt wissen wir, dass die Priesterin womöglich in unserem Fall verwickelt sein könnte. Wer das Hab und Gut von Flüchtlingskindern und der Einsatz seines Lebens verteidigt, ist über alle Zweifel erhaben. Ja, wahrscheinlich schlechter als meine, ne? Zwei, 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 zwei Dinger hier. Äh, ja, schlechter. So, alles klar. Geht gleich weiter. Ja, ich würde sagen. Vielen Dank.